Hallo meine Lieben, ich bin Joe Heinrich und das ist auch gut so. Puchheim liest ein Buch. Es ist von Steven Uli und es heißt Glückskind. Ich habe es auch gelesen und schon nach den ersten Seiten habe ich mich gefragt, Moment, was ist eigentlich Glück? Glück ist der Koeffizient von Auge mal Pi im Quadrat. Äh ja, äh nein, also nein, da versuche ich es lieber selbst. Glück ist, wenn der Zufall zuschlägt. Sechste und letzte Zahl für heute. Es ist die 15. Oder Glück ist, wenn ich mich rundum wohl fühle. In diesem Buch findet ein Mann einen Säugling im Müll. Der Mann heißt Hans und das Kind ein Mädchen nennt er Felicia. Hans ändert sein Leben radikal und wird zum sorgenden Papa. Felicia wird gerettet und bekommt eine Familie. So werden beide zu Glückskindern. Jetzt, ähm, gibt es auch Glückskinder in Puchheim? Sind Sie ein Glückskind? Ich denke schon in irgendeiner Form, ja, bin ich. Warum? Weil ich tolle Leute kenne, weil ich gesund bin, munter bin, einen fantastischen Job habe. Sind Sie ein Glückskind? Ja. Warum? Weil ich nette Kunden habe, weil ich Arbeit habe, weil es mir gut geht. Sind Sie ein Glückskind? Ja, würde ich sagen, durchaus. Ich war vor vier Jahren richtig, richtig krank und bin jetzt wieder richtig, richtig gesund. Und muss sagen, das ist so mein persönliches Glück, zusammen mit meiner Familie und mit meinem Job und den Freunden, die ich habe und den tausend Büchern, die mich grundsätzlich umgeben. Sind Sie ein Glückskind? Nein, weil ich gerade eine Prüfung nicht geschafft habe. Darf ich fragen, welche Prüfung? Mathe Prüfung. Oh je. Okay, das kenne ich zu gut. Sind Sie ein Glückskind? Ja, definitiv. Ich bin ein Glückskind. Warum? Weil wir in der Familie glücklich zusammenleben, weil wir alle gesund sind und weil wir hier in Frieden und in einer guten Gesellschaft leben können. Sind Sie ein Glückskind? Ja, das bin ich. Und dann würde mich natürlich interessieren, warum? Ja, weil ich mit einer wundervollen Familie gesegnet bin, einen kleinen Sohn habe, eine wundervolle Frau, weil es uns hier in Deutschland gut geht und auch hier in Buchheim natürlich eine wundervolle Stadt haben. Sind Sie ein Glückskind? Ja. Warum? Weil ich eine Familie habe und es geht uns gut. Sind Sie ein Glückskind? Ich weiß es nicht, aber ich muss eigentlich sagen, ich kann mich nicht beklagen, mir geht es gut. Bist du ein Glückskind? Nein. Warum nicht? Weil immer, wenn ich irgendwo langlaufe, dann fällt irgendwas runter. Sind Sie ein Glückskind? Jawohl, ich habe nämlich gerade meinen Autoschlüssel wieder gefunden, den ich verloren hatte, hier am Wertstoffhof. Und er war in dem Sack mit dem Plastikmüll drinnen. Sind Sie ein Glückskind? Ja. Warum? Weil ich in meinem Leben viel Glück habe. Seid ihr Glückskinder? Ja. Ich glaube, ich war bisher nicht wirklich ein Glückskind. Aber wissen Sie was? Ich will jetzt eins werden. In diesem Sinne, wir sehen uns.